Hallo Leute, hier ist Jun mit einem kleinen Informationsvideo. Ich möchte euch ein bisschen was fragen, und zwar bezüglich zukünftiger Projekte. Punkt 1 ist, ich möchte definitiv nach den aktuellen Projekten, zumindest nach aktuellem Stand, das könnte sich noch ändern, aber nach aktuellem Stand möchte ich gerne nach dem ersten Projekt, was endet, einen RPG anfangen und am ehesten vielleicht einen Final Fantasy Titel oder was älteres, oder Final Fantasy 14, aber wenn, dann wirklich nur die Main Story. Ich weiß aber nicht, wie gut ich das umsetzen könnte. Ich werde eventuell, wenn jemand Nachfrage hat, noch ein bisschen was an Videos vorher hochladen. Ich sage auch nicht, dass das hier ein Abstimmungsvideo ist, das auf gar keinen Fall. Es soll nur ein bisschen was sein, um zu sehen, wie das Interesse der Leute ist. Je nachdem, wenn ich sehe, da gibt es ein bisschen mehr Interesse, mache ich das, ansonsten vielleicht, worauf ich Lust habe, und wenn ihr neugierig seid, könnt ihr es euch halt gerne ansehen. Ungefähr so werde ich es machen. Ansonsten sowas wie Chrono Trigger, Final Fantasy 6 hat der Tommy schon gefragt, oder jetzt Blue Tarot, richtig? Zum Beispiel das. Replays sind nur bedingt möglich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Final Fantasy 10 direkt nochmal machen würde, ich habe aber die HD Collection wäre also auch eine Möglichkeit. Und das zweite ist, nach Uncharted würde ich eventuell, ich sage extra eventuell, einen Metal Gear Titel in Angriff nehmen. Da müsste ich aber vorher auch wissen, ist das Interesse immer noch so wie vorher? Wollt ihr das direkt sehen oder nicht? Und dann wäre auch die Frage, welches. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass keiner die MSX-Spiele sehen will, außer der NUD Commander. Aber dann gäbe es halt entweder Peace Walker oder Ground Zeroes, denn bevor ich Phantom Pain machen würde, würde ich erst Ground Zeroes machen, was wahrscheinlich nur ein, zwei oder höchstens drei Episoden wären, denn ich würde nur die Hauptstory machen. Aber zumindest das als kurzes Projekt wäre auch schon mal möglich, zum Beispiel kurz Ground Zeroes, dann was anderes, um mich auf Phantom Pain vorzubereiten und dann Phantom Pain. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich bitte wissen, weil, ich sage mal so, ich denke, einige wollen es noch sehen. Es kann aber auch sein, dass in meiner Abwesenheit genug Leute woanders gesehen haben und vielleicht nicht mehr unbedingt das Interesse haben. Und ich sage mal so, natürlich möchte ich sowieso mehr DG machen, das ist es nicht. Und ich sage immer zumindest, wenn mindestens ein oder zwei Leute daran Interesse haben, was ich mache, bin ich schon super zufrieden. Aber natürlich steigert es auch meine Motivation, wenn mehr Leute Bock drauf haben. Deswegen lasst mir für beides einfach ein paar Titel da, woran ihr Interesse habt, wenn ihr Interesse habt. Und dann kann ich da mal drauf schauen. Ich werde mich aber spätestens festlegen, wenn, oder vielleicht auch eher frühestens festlegen, wenn ich gegen Ende von Asura bin. Und werde dann nochmal ein Infovideo posten, wenn ich Asura fertig aufgenommen habe, wie ich mich entscheide. Ja, also zumindest RPG habe ich da ein bisschen größeren Spielraum, denke ich. Metal Gear, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht vorher was anderes mache. Ja, vielleicht nicht unbedingt God of War jetzt nach Asura. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel hier ins Detail gehen. Aber nur, dass ihr wisst, ich bin am Grübeln und eure Stimme zählt. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.